Hoffnung auf bessere Zeiten? Liebe Freunde des Missionswerkes Mitternachtsruf, Hallo! Hoffnung auf bessere Zeiten? Gibt es das? Angesichts der Zeiten, in der wir leben, ist diese Frage, glaube ich, schon berechtigt und viele Menschen, vor allen Dingen Menschen, die keinen Bezug haben zu Gott, stellen sich hoffnungslos, mehr oder weniger, diese Frage. Es hat einmal jemand gesagt, Endzeitszenarien muss man nicht teuflisch an die Wand malen, denn wir leben ja bereits mitten in ihnen. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber irgendwo ist diese Argumentation auch berechtigt. Sehen Sie zum Beispiel, ich sitze hier vor einem gedeckten Tisch. Tisch, Brot, die Fülle, Honig und so weiter, Kaffee und alles, was das Leben braucht und sich wünscht. Aber die Bibel sagt, es wird nicht so bleiben. Ich möchte Ihnen einen Vers lesen aus der Offenbarung, Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es, Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters in der damaligen Zeit. Stellen Sie sich das mal vor, umgerechnet auf heute. Sie müssten einen Tageslohn bezahlen für ein Brot. Ja, in den letzten Wochen, das ist hier bei uns in der Schweiz ein aktuelles Thema, sind doch tatsächlich die Brotpreise gestiegen um 10, 15, 20 Prozent. Im Gegensatz zu den Luxusgütern, es heißt ja hier Weintur, zum Beispiel Weintur, kein Schaden an, denn Wein ist ein Luxusgut. Das braucht man nicht unbedingt, um zu überleben. Und wir hörten in den Nachrichten, dass die Menschen zurzeit Luxusgüter kaufen wie verrückt. Aber die Brotpreise, die werden immer enger. Und manche Menschen in anderen Ländern, vor allen Dingen südlich von uns, denen geht es gar nicht mehr so gut. Es ist sehr wichtig, finde ich, dass wir in unserer Zeit, wie alle Zeit eigentlich, auf das prophetische Wort achten. Auf das prophetische Wort zu achten, tut gut. Auf das prophetische Wort zu achten bedeutet, dass wir auf jeden Tag achten, was in dieser Welt vor sich geht. Es ist ja so, die Bibel richtet sich nicht nach den Zeitereignissen. Nein, die Zeitereignisse müssen sich nach der Bibel richten, die diese nämlich vorgegeben hat. Gibt es Hoffnung auf bessere Zeiten? Hoffnung ist ja wie eine Brücke, sagen wir mal, die uns von einem Ufer zum anderen Ufer führt und uns Hoffnung vermittelt, das andere Ufer zu erreichen. Das hat jeder, der an Jesus Christus glaubt, diese lebendige Hoffnung. Er sieht über die Umstände hinweg auf das andere Ufer. Hoffnungslosigkeit hingegen, ohne Beziehung zu Jesus Christus, das ist, ich vergleiche das mit einem Dürstenden, er träumt, er würde trinken und er wird wach und er hat immer noch Durst und ist am Verkümmern. Gibt es Hoffnung auf bessere Zeiten? Ja, Jesus Christus kommt wieder. Das sagt uns die Bibel und wir dürfen das von ganzem Herzen glauben. Jesus Christus kommt wieder. Das ist doch eine wunderbare Botschaft und mit ihm ein total gerechtes Programm für alle Menschen. Und weil das so ist, weil Jesus Christus wiederkommt, dürfen wir uns erinnern an 2. Korinther 3,12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Ich wünsche Ihnen diese Zuversicht, dass Sie sich daran erinnern, dass Sie an Jesus Christus glauben, dass Sie die Brücke besteigen, die sein Kreuz uns gebracht hat, hin zum anderen Ufer, zum ewigen Leben, in die himmlische Herrlichkeit. Es gibt Hoffnung auf bessere Zeiten, aber nur in ihm. Und darum hat einmal jemand gesagt, Hoffnung ist ein geistliches Geburtstagsgeschenk, das Gott denen gibt, die ihr Leben Jesus Christus anvertrauen und Gottes Kinder sind. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Tag. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen Tag.